Abby, hast du mein Buch gefunden? Hast du mein Buch gefunden? Wir werden danach suchen. Die Kinder haben es genommen. Es, hast du mein Buch gefunden? Es, hast du mein Buch gefunden? Hast du es gefunden? Wir werden danach suchen. Wir werden danach suchen. Die Kinder haben es genommen. Wir, wirst du Jim und mich besuchen? Wir, wirst du Jim und mich besuchen? Wir, wirst du Jim und mich besuchen? Wirst du uns besuchen? Herr Thomas kennt uns nicht. Du hast uns letzte Nacht nicht gesehen. Wir werden danach suchen. Wir, wirst du Jim und mich besuchen? Wir, wirst du Jim und mich besuchen? Wir, wirst du Jim und mich besuchen? Wirst du uns besuchen? Herr Thomas kennt uns nicht. Herr Thomas kennt uns nicht. Du hast uns letzte Nacht nicht gesehen. Du hast uns letzte Nacht nicht gesehen. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Wir werden sie sehen. Du kennst sie nicht. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Wir werden sie sehen. Wir werden sie sehen. Du kennst sie nicht. Du kennst sie nicht. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Wir werden sie sehen. Wir werden sie sehen. Du kennst sie nicht. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Du kennst sie nicht. Sie, hast du meine Bücher gesehen? Hast du sie gesehen? Wir werden sie finden. Ich habe sie gestern hier gelassen. Ich habe sie gestern hier gelassen. Sie, hast du meine Bücher gesehen? Sie, hast du meine Bücher gesehen? Hast du sie gesehen? Wir werden sie finden. Ich habe sie gestern hier gelassen. 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 Sie, hast du meine Bücher gesehen? Sie, hast du meine Bücher gesehen? Ich habe sie gestern hier gelassen. Ich habe sie gestern hier gelassen. Ich habe sie gestern hier gelassen. Herr Brown mag Ahmet. Herr Brown mag ihn. Herr Braun mag ihn. Herr Braun mag ihn. Asayid Braun, Johebbo Ahmad. Herr Braun mag ihn. Herr Braun mag Ahmed. Herr Braun mag ihn. Ich kenne Anne nicht. Ich kenne sie nicht. Ich kenne Anne nicht. Ich kenne sie nicht. Ich kenne Anne nicht. Ich kenne Anne nicht. Ich kenne sie nicht. Ich habe das Buch gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe das Buch gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Wir haben dich und Jim letzte Nacht gesehen. Wir haben dich 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 letzte Nacht gesehen. Ruth besucht die Browns. Ruth besucht die Browns. Ruth besucht die Browns. Ruth besucht sie. Ruth besucht die Browns. Ruth besucht sie. Ruth besucht sie. Ruth besucht sie. Ruth besucht sie. Er wird seine Briefe lesen. Er wird seine Briefe lesen. Er wird seine Briefe lesen. Er wird sie lesen. Er wird seine Briefe lesen. Er wird sie 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 lesen. Bitte hilf amit und mir. Bitte hilf uns. Bitte hilf Ahmed und mir. Bitte hilf Ahmed und mir. Bitte hilf uns. Bitte hilf Ahmed und mir. Bitte hilf uns. Hast du diese Leute getroffen? Nein, ich habe sie nicht getroffen. Hast du diese Leute getroffen? Nein, ich habe sie nicht getroffen. Hast du diese Leute getroffen? Nein, ich habe sie nicht getroffen. Nein, ich habe sie nicht getroffen. Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei dir. Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei dir. Ja, ich bleibe bei dir. Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei dir. Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei dir. Magst du Jerry? Magst du Jerry? Ja, ich mag ihn. magst du Jerry? Ja, ich mag ihn. Magst du Jerry? Magst du Jerry? Ja, ich mag ihn. Magst du Jerry? Ja, ich mag ihn. Hilfst du Anne? Ja, ich helfe ihr. Hilfst du Anne? Ja, ich helfe ihr. Hilfst du Anne? Hilfst du Anne? Ja, ich helfe ihr. Hilfst du Anne? Ja, ich helfe ihr. Ja, ich helfe ihr. Siehst du meine Handschuhe? Siehst du meine Handschuhe? Ja, ich helfe ihr. Ja, ich helfe ihr. Ja, ich helfe ihr. Ja, ich helfe ihr. Was ist eigentlich? Ich helfe ihr. Ja, ich helfe ihr. Ich helfe ihr. Ja, ich helfe ihr. Hast du die Browns besucht? Hast du die Browns besucht? Ja, ich habe sie besucht. Ja, ich habe sie besucht. Hast du die Browns besucht? Ja, ich habe sie besucht. Ja, ich habe sie besucht. Hast du die Browns besucht? Ja, ich habe sie besucht. Wer hat meinen Mantel genommen? Wer hat meinen Mantel genommen? Ruth nahm es. Wer hat meinen Mantel genommen? Wer hat meinen Mantel genommen? Ruth nahm es. Wer hat meinen Mantel genommen? Ruth nahm es. Wohnt Jim in deiner Nähe? Wohnt Jim in deiner Nähe? Wohnt Jim in deiner Nähe? Ja, er wohnt in meiner Nähe. Ja, er wohnt in meiner Nähe. Wohnt Jim in deiner Nähe? Wohnt Jim in deiner Nähe? Wohnt Jim in deiner Nähe? Ja, er wohnt in deiner Nähe. Möchtest du ablegen? Möchtest du ablegen? Ja, würde ich. Möchtest du ablegen? Möchtest du ablegen? Möchtest du ablegen? Ja, würde ich. Ja, würde ich. Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Ja, würde er. Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Ja, würde er. 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 Würde Ruth sich hier niederlassen? Ja, würde sie. Würde Ruth sich hier niederlassen? Ja, würde sie. Würde Ruth sich hier niederlassen? Würde Ruth sich hier niederlassen? Ja, würde sie. Würde Ruth sich hier niederlassen? Würde Ruth sich hier niederlassen? Ja, würde sie. Würden die Browns gerne hier bleiben? Würden die Browns gerne hier bleiben? Ja, würden sie. Würden die Browns gerne hier bleiben? 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 Ja, würden sie. Würden die Browns gerne hier bleiben? Würden die Browns gerne hier bleiben? Ja, würden sie. Würden sie und Jerry gerne reinkommen? 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 Ja, wir würden. Ja, wir würden. Ja, wir würden. Welcher Mann ist Herr Brown? 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 Welcher Mantel gehört dir? Der braune Mantel gehört mir. Welcher Mantel gehört dir? Der braune Mantel gehört mir. Welcher Mantel gehört dir? Der braune Mantel gehört mir. Welches Buch gehört Jim? Der blaue gehört ihm. Welches Buch gehört Jim? Der blaue gehört ihm. Welches Buch gehört Jim? Der blaue gehört ihm. Welches Glas gehört mir? Der große gehört dir. Welches Glas gehört mir? Der große gehört dir. Welches Glas gehört mir? Welches Glas gehört mir? Der große gehört dir. Welches Auto gehört Ihnen? Welches Auto gehört Ihnen? Welches Auto gehört Ihnen? Welches Schuhe gehören dir? Welches Schuhe gehören dir? Welche Schuhe gehören dir? Welche Schuhe gehören dir? Welche Handschuhe gehören Ruth? 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 Die Kleinen gehören ihr? Welche Koffer gehören Ihnen? 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 Welche Bücher gehören Jerry? Welche Koffer gehören Jerry? Die Schweren gehören ihm. Welche Bücher gehören Jerry? Die Schweren gehören ihm. Welche Bücher gehören Jerry? Welche Bücher gehören Jerry? Die Schweren gehören ihm. Welches Mädchen ist deine Schwester? Das kleine Mädchen ist meine Schwester. Welches Mädchen ist deine Schwester? Das kleine Mädchen ist meine Schwester. Welches Mädchen ist deine Schwester? Welches Mädchen ist deine Schwester? Welches Buch hast du ausgeliehen? Welches Buch hast du ausgeliehen? Welches Buch hast du ausgeliehen? Ich habe mir das Wörterbuch ausgeliehen. Welches Buch hast du ausgeliehen? Welches Buch hast du ausgeliehen? Welches Buch hast du ausgeliehen? Welchen komme ausgeliehen? Welches Buch hast du ausgeliehen? Welches Buch hast du ausgeliehen? Welches Buch ist meine Schwester? Lass uns den Western-Film sehen. Welchen Film sollen wir sehen? Lass uns den Western-Film sehen. Lass uns den Western-Film sehen. Welchen Film sollen wir sehen? Lass uns den Western-Film sehen. Welche Lektion hast du geübt? Ich übe den Letzten. Welche Lektion hast du geübt? Welche Lektion hast du geübt? Ich übe den Letzten. Welche Lektion hast du geübt? Welche Lektion hast du geübt? Ich übe den Letzten. Welche Wohnung mietest du? Welche Wohnung mietest du? Ich werde die Kleine mieten. Welche Wohnung mietest du? Welche Wohnung mietest du? Welche Wohnung mietest du? Welche Wohnung mietest du? Ich werde die Kleine mieten. In welchem Haus wohnst du? Wir leben im Weißen Haus. In welchem Haus wohnst du? Wir leben im Weißen Haus. Wir leben im Weißen Haus. Möchtest du sitzen? Nein, lieber nicht. Ich gehe lieber spazieren. Möchtest du sitzen? Möchtest du sitzen? Nein, lieber nicht. Ich gehe lieber spazieren. Ich gehe lieber spazieren. Würde Ruth sich hier sitzen? Würde Ruth sich hier sitzen? Nein, sie würde es lieber nicht. Nein, sie würde es lieber nicht. Sie würde lieber dort sitzen. Nein, sie würde es lieber nicht. Nein, sie würde es lieber nicht. Nein, sie würde es lieber nicht. Würde Jim gerne reinkommen? 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 Nein, er würde es lieber nicht tun. Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Nein, er würde es lieber nicht. Er würde es lieber nicht. Er würde lieber draußen warten. Er würde lieber draußen warten. Würden die Kinder gerne draußen spielen? Nein, sie würden es lieber nicht. Sie würden lieber fernsehen. Würden die Kinder gerne draußen spielen? Nein, sie würden es lieber nicht. Sie würden lieber fernsehen. Würden die Kinder gerne draußen spielen? Würden die Kinder gerne draußen spielen? Nein, sie würden es lieber nicht. Sie würden lieber fernsehen. Möchtest du und Jim gerne morgen arbeiten? Möchtest du und Jim gerne morgen arbeiten? Nein, lieber nicht. Wir haben lieber am Freitag. Wir arbeiten lieber am Freitag. Wir arbeiten lieber am Freitag. Wir arbeiten lieber am Freitag. Wir haben lieber am Freitag. Wir arbeiten lieber am Freitag. Möchtest du einen Kaffee trinken? Möchtest du einen Kaffee trinken? Nein, lieber nicht. Ich hätte lieber Tee. Möchtest du einen Kaffee trinken? 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 Möchtest du die große Wohnung mieten? Nein, lieber nicht. Ich würde lieber etwas Geld sparen. Nein, lieber nicht. Ich würde lieber etwas Geld sparen. Möchtest du die große Wohnung mieten? Nein, lieber nicht. Ich würde lieber etwas Geld sparen. Der Mantel ist zu klein. 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 Ist deine Wohnung sehr groß? Ist deine Wohnung sehr groß? Nein, es ist nicht sehr groß. Nein, es ist sehr klein. Ist deine Wohnung sehr groß? Ist deine Wohnung sehr groß? Nein, es ist nicht sehr groß. Nein, es ist nicht sehr groß. Es ist sehr klein. Es ist sehr klein. Aber ich habe sehr durst. Aber ich habe sehr durst. Bist du sehr hungrig? Nein, ich bin sehr hungrig. Bist du sehr hungrig? Bist du sehr hungrig? Nein, ich bin nicht sehr hungrig. Aber ich habe sehr Durst. Ist diese Jacke nicht sehr schwer? Ist diese Jacke nicht sehr schwer? Nein, es ist nicht sehr schwer. Es ist sehr leicht. Ist diese Jacke nicht sehr schwer? Nein, es ist nicht sehr schwer. Nein, es ist nicht sehr schwer. Nein, es ist nicht sehr schwer. Es ist sehr leicht. Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Nein, ich bin sehr spät letzte Nacht abgereist. Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Nein, ich bin sehr spät letzte Nacht abgereist. Ich bin sehr spät letzte Nacht abgereist. Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Der film war sehr gut. 해도りました? Dồn. Nein, der Film war sehr gut? Der Film war sehr schlecht. War der Film sehr gut? Nein, der Film war nicht sehr gut. Der Film war sehr schlecht. Ist dieser Kaffee sehr heiß? Nein, der ist nicht sehr heiß. Nein, der ist nicht sehr heiß. Der ist sehr kalt. Der ist sehr kalt. Ist dieser Kaffee sehr heiß? Nein, der ist nicht sehr heiß. Nein, der ist nicht sehr heiß. Der ist sehr kalt. Der ist sehr kalt. Ist dieser Kaffee sehr heiß? Ist dieser Kaffee sehr heiß? Nein, der ist nicht sehr heiß. Nein, der ist nicht sehr heiß. Der ist sehr kalt. Der ist sehr kalt. Magst du die Küche? Magst du die Küche? Nein, ich mag sie nicht. Nein, ich mag sie nicht. Es ist zu klein. Magst du die Küche? Magst du die Küche? Nein, ich mag sie nicht. Nein, ich mag sie nicht. Es ist zu klein. Es ist zu klein. Hast du dieses Buch gelesen? Hast du dieses Buch gelesen? Hast du dieses Buch gelesen? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Es ist zu lang. Es ist zu lang. Hast du dieses Buch gelesen? Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Es ist zu lang. Hast du dieses Buch gelesen? Hast du dieses Buch gelesen? Nein, habe ich nicht. Es ist zu lang. Habe ich nicht. Es ist zu lang. Habe ich nicht gelesen? Hast du dieses Buch gelesen? Nein, habe ich nicht gelesen. Es ist zu lang. Wirst du dieses T-Shirt kaufen? Nein, ich werde nicht. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Wirst du dieses T-Shirt kaufen? Nein, ich werde nicht. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Sollen wir ins Kino gehen? Lass uns nicht. Es ist zu spät. Sollen wir ins Kino gehen? Lass uns nicht. Es ist zu spät. Sollen wir ins Kino gehen? Lass uns nicht. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Wird Jerry uns helfen? Wird Jerry uns helfen? Nein, er wird nicht. Nein, er wird nicht. Er ist zu beschäftigt. Wird Jerry uns helfen? Wird Jerry uns helfen? Nein, er wird nicht. Nein, er wird nicht. Er ist zu beschäftigt. Er ist zu beschäftigt. Wird Jerry uns helfen? Wird Jerry uns helfen? Nein, er wird nicht. Nein, er wird nicht. Er ist zu beschäftigt. Er ist zu beschäftigt. Wird Jerry uns helfen? Nein, er wird nicht. Wird Jerry uns helfen? Nein, er wird nicht. Er ist zu beschäftigt. Es ist zuathen. Es ist zu weit. Es ist zu weit. Lass uns in den Parkgehen. Ich würde lieber nicht. Ich würde lieber nicht. Lass uns in den Park gehen. Ich würde lieber nicht. Es ist zu weit. Wie gefällt dir die Küche? Ich denke, es ist ein bisschen zu klein. Ich denke, es ist ein bisschen zu klein. Wie gefällt dir die Küche? Ich denke, es ist ein bisschen zu klein. 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 Ich denke, es ist zu klein. Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. Wirst du den Pullover kaufen? Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. 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 Gehst du zum Supermarkt? Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Gehst du zum Supermarkt? Gehst du zum Supermarkt? Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Ich denke, es ist viel zu weit. Gehst du zum Supermarkt? Gehst du zum Supermarkt? Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Gehst du zum Supermarkt? Gehst du zum Supermarkt? Ich denke, es ist ein bisschen schwer. 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 Ich denke, es ist sehr schwer. Ich denke, es ist sehr schwer. Ich denke, es ist ein bisschen schwer. Ich denke, es ist ein bisschen schwer. Möchtest du die Browns besuchen? Möchtest du die Browns besuchen? Nein, lieber nicht. Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Es ist viel zu spät. Möchtest du die Browns besuchen? Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Möchtest du die Browns besuchen? Möchtest du die Browns besuchen? Möchtest du die Browns besuchen? Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Es ist viel zu spät. Es ist viel zu spät. Halt ergebot für die Zähre von Al Brown? Nein, ich will das nicht. Gehst du dieses Wochenende zur Arbeit? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bisschen zu müde. Du bist viel zu müde. Du bist viel zu müde. Gehst du dieses Wochenende zur Arbeit? Gehst du dieses Wochenende zur Arbeit? Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bisschen zu müde. Ich bin ein bisschen zu müde. Du bist viel zu müde. Ich bin ein bisschen zu müde. Ich bin ein bisschen zu müde. Du bist viel zu müde. Hast du dich zu müde für die Arbeit am Ende dieses Wochenende? Nein, ich werde nicht. Ich bin ein wenig zu müde. Ich bin ein wenig zu müde. Wie gefällt dir Ruths Kleid? Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. Wie gefällt dir Ruths Kleid? Wie gefällt dir Ruths Kleid? Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. Ich denke, es ist viel zu lang. Wie gefällt dir Ruths Kleid? Wie gefällt dir Ruths Kleid? Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. Ich denke, es ist viel zu lang. Ich denke, es ist viel zu lang. Wie gefällt dir Ruths Kleid? Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. Ist es zu heiß für laufen? Ja, es ist zu heiß für laufen. Ist es zu heiß für laufen? Ja, es ist zu heiß für laufen. Ich denke, es ist zu heiß für laufen. Ich denke, es ist ein bisschen zu heiß für laufen. Bist du müde zum Lernen? Bist du zu müde zum Lernen? Ja, ich bin müde zum Lernen. Ja, ich bin zu müde zum Lernen. Ja, ich bin zu müde zum Lernen. Ist es zu spät, um ins Kino zu gehen? Ja, es ist zu spät, um ins Kino zu gehen. Ja, es ist zu spät, um ins Kino zu gehen. Ja, es ist zu spät, um ins Kino zu gehen. Ja, es ist zu spät, um ins Kino zu gehen. Ja, es ist zu spät, um zu gehen. Ja, es ist zu spät, um zu gehen. War das Hemd zu klein zum Tragen? War das Hemd zu klein zum Tragen? Ja, es war zu klein zum Tragen. War das Hemd zu klein zum Tragen? Ja, es war zu klein zum Tragen. Ja, es war zu klein zum Tragen. Ja, es war zu klein zum Tragen. Ist es zu weit, um in den Park zu spazieren? Ja, es ist zu weit, um in den Park zu spazieren. Ja, es ist zu weit, um in den Park zu spazieren. Ja, es ist zu weit, um in den Park zu spazieren. Ja, es ist zu weit, um in den Park zu spazieren. Ist dieses Paket zu schwer zum Tragen? Nein, es ist nicht zu schwer zum Tragen. Nein, es ist nicht zu schwer zum Tragen. Nein, es ist nicht zu schwer zum Tragen. Ist es zu spät, um in den Park zu spazieren? Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Nein, es ist nicht zu spät, um in den Park zu spazieren. Ist es zu früh zum einkaufen? Nein, es ist nicht zu früh zum einkaufen. Ist es zu früh zum Einkaufen? Nein, es ist nicht zu früh zum Einkaufen. Nein, es ist nicht zu früh zum Einkaufen. Ist es zu früh zum Einkaufen? Nein, es ist nicht zu früh zum Einkaufen. Ist Ruth zu beschäftigt, um uns zu helfen? Nein, sie ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ist Ruth zu beschäftigt, um uns zu helfen? Nein, sie ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ist Ruth zu beschäftigt, um uns zu helfen? Ist Ruth zu beschäftigt, um uns zu helfen? Nein, sie ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Nein, sie ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ist Ruth zu beschäftigt, um uns zu helfen? Nein, sie ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ist die Universität sehr weit? Ja, es ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen? Ja, es ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ist die Universität sehr weit? Ja, es ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ja, es ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ja, es ist nicht zu beschäftigt, um uns zu beschäftigt, um uns zu helfen. Hast du letzte Nacht gelernt? Hast du letzte Nacht gelernt? Nein, habe ich nicht. Ich war zu müde zum Lernen. Hast du letzte Nacht gelernt? Hast du letzte Nacht gelernt? Nein, habe ich nicht. Ich war zu müde zum Lernen. Ich war zu müde zum Lernen. Wirst du heute sehr beschäftigt sein? Ja, ich bin zu beschäftigt, um auszugehen. 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 Ist diese Jacke nicht sehr teuer? Ist diese Jacke nicht sehr teuer? Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ist diese Jacke nicht sehr teuer? Ist diese Jacke nicht sehr teuer? Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ist diese Jacke nicht sehr teuer? Ist diese Jacke nicht sehr teuer? Ja, so ist es. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ist das Wetter hier sehr kalt? Ja, so ist es. Es ist zu kalt, um auszugehen. Ja, so ist es. Es ist zu kalt. um auszugehen. Schreibt Jim sehr viele Briefe? Nein, das tut er nicht. Er ist zu faul, um viele zu schreiben. Nein, das tut er nicht. Er ist zu faul, um viele zu schreiben. Schreibt Jim sehr viele Briefe? Nein, das tut er nicht. Er ist zu faul, um viele zu schreiben. Schreibt Jim sehr viele Briefe? Schreibt Jim sehr viele Briefe? Nein, das tut er nicht. Er ist zu faul, um viele zu schreiben. Nein, das tut er nicht. Er ist zu faul, um viele zu schreiben. Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Hast du letzte Nacht Charles angerufen? Hast du letzte Nacht Charles angerufen? Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. 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 Wirst du nach Kalifornien fahren? Nie, es ist zu weit zum fahren. Nein, es ist zu weit zum Fahren. Wirst du nach Kalifornien fahren? Nein, es ist zu weit zum Fahren. Wirst du diese Arbeit heute beenden? Nein, es gibt zu viel zu tun. Wirst du diese Arbeit heute beenden? Wirst du diese Arbeit heute beenden? Nein, es gibt zu viel zu tun. Wirst du diese Arbeit heute beenden? Nein, es gibt zu viel zu tun. Nein, es gibt zu viel zu tun. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Oh, das ist sehr schade. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Oh, das ist sehr schade. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Oh, das ist sehr schade. Oh, das ist sehr schade. Charles hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Charles hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Oh, das ist sehr schade. Oh, das ist sehr schade. Charles hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Charles hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Oh, das ist sehr schade. Oh, das ist sehr schade. Ruth hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Charles hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Ruth hat gestern Van Niel это жестstyle verloren. Ruth hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Ruth hat letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ruth hat letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Oh, das ist sehr schade. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Das ist sehr schade. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Das ist sehr schade. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Das ist sehr schade. Jerry hat sein Chemiebuch verloren. Das ist sehr schade. Jerry hat sein Chemiebuch verloren. Das ist sehr schade. Jerry hat sein Chemiebuch verloren. Das ist sehr schade. Jerry hat sein Chemiebuch verloren. Sieht das Wetter heiß aus? Es scheint sehr heiß zu sein. Sieht das Wetter heiß aus? Es scheint sehr heiß zu sein. Sieht das Wetter heiß aus? Sieht das Wetter heiß aus? Es scheint sehr heiß zu sein. Sieht die Küche klein aus? Sieht die Küche klein aus? Sieht die Küche klein aus? Es scheint sehr klein zu sein. Es scheint sehr klein zu sein. Es scheint sehr klein zu sein. Sieht die Küche klein aus? Sieht die Küche klein aus? Sieht die Küche klein aus? Hat der Kaffee gut geschmeckt? Es hat gut geschmeckt. Hat der Kaffee gut geschmeckt? Es hat sehr gut geschmeckt. Hat der Kaffee gut geschmeckt? Es hat sehr gut geschmeckt. Hat der Kuchen auch gut geschmeckt? Es hat sehr schlecht geschmeckt. Hat der Kuchen auch gut geschmeckt? Es hat sehr schlecht geschmeckt. Hat der Kuchen auch gut geschmeckt? Er hat sehr schlecht geschmeckt. Sieht Ann heute nicht gut aus? Sieht Ann heute nicht gut aus? Sieht Ann heute nicht gut aus? Sieht sehr gut aus. Sieht dieser Mantel zu groß aus? Es sieht zu groß für dich aus. Sieht dieser Mantel zu groß aus? Sieht dieser Mantel zu groß aus? Sieht dieser Mantel zu groß aus? Es sieht zu groß für dich aus. Es sieht zu groß für dich aus. Riechen diese Rosen gut? Sie riechen sehr gut. Sie riechen sehr gut. Riechen diese Rosen gut? Sie riechen sehr gut. Sie riechen sehr gut. Hat das Essen schlecht gerochen? Es riechen sehr gut. Es roch sehr schlecht. Es roch sehr schlecht. Hat das Essen schlecht gerochen? Es roch sehr schlecht. Hat das Essen schlecht gerochen? Fühlt sich dieser Stuhl wohl? Ja, es fühlt sich sehr angenehm an. Fühlt sich dieser Stuhl wohl? Ja, es fühlt sich sehr angenehm an. Fühlt sich dieser Stuhl wohl? Ja, es fühlt sich sehr angenehm an. Ja, es fühlt sich sehr angenehm an. Fühlst du dich gestern gut? Ich habe mich gestern gut gefühlt. Fühlst du dich gestern gut? Ich habe mich gestern gut gefühlt. Ich habe mich gestern gut gefühlt. Ich habe mich gestern gut gefühlt. Wie scheint das Wetter? Es scheint nicht angenehm zu sein. Es scheint nicht angenehm zu sein. Es scheint zu heiß. Wie scheint das Wetter? Es scheint nicht angenehm zu sein. Es scheint zu heiß. Es scheint nicht angenehm zu sein. Es scheint zu heiß. Es scheint zu klein zu sein. 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 Wie sieht die Küche aus? Es scheint nicht sehr groß zu sein. Es scheint nicht sehr groß zu sein. Es scheint zu klein zu sein. Es scheint zu klein zu sein. Wie schmeckte der Kaffee? Wie schmeckte der Kaffee? Er schmeckte nicht gut. Er schmeckte schrecklich. Er schmeckte schrecklich. Wie schmeckte der Kaffee? Er schmeckte nicht gut. Er schmeckte schrecklich. Er schmeckte schrecklich. Wie schmeckte der Kaffee? Wie schmeckte der Kaffee? Er schmeckte nicht gut. Er schmeckte nicht gut. Er schmeckte schrecklich. Er schmeckte schrecklich. Er schmeckte nicht schlecht. Er schmeckte nicht schlecht. Er hat sehr gut geschmeckt. Er schmeckte nicht schlecht. Er hat sehr gut geschmeckt. Wie schmeckte der Kuchen? Wie schmeckte der Kuchen? Er schmeckte nicht schlecht. Er schmeckte nicht schlecht. Er hat sehr gut geschmeckt. Er schmeckte nicht schlecht. Er schmeckte nicht schlecht. Wie sah Anne heute aus? Sie sah nicht sehr gut aus. Sie sah nicht sehr gut aus. Sie sah ein wenig müde aus. Wie sah Anne heute aus? Sie sah nicht sehr gut aus. Sie sah ein wenig müde aus. Sie sah ein wenig müde aus. Wie sah Anne heute aus? Sie sah nicht sehr gut aus. Sie sah nicht sehr gut aus. Sie sah ein wenig müde aus. Sie sah ein wenig müde aus. Wie sah Anne heute aus? Sie sah ein wenig müde aus. Sie sah ein wenig müde aus. Wie sieht dieser Mantel aus? Wie sieht dieser Mantel aus? Es sieht nicht gut aus. Sie sah ein wenig müde aus. Sie sah ein wenig müde aus. Sie sah ein wenig müde aus. Wie sieht dieser Mantel aus? Es sieht nicht gut aus. Es sieht zu klein aus. Wie riechen diese Rosen? Sie riechen nicht schlecht. Sie riechen sehr gut. Wie riechen diese Rosen? Sie riechen nicht schlecht. Sie riechen sehr gut. Wie riechen diese Rosen? Wie riechen diese Rosen? Sie riechen nicht schlecht. Sie riechen sehr gut. Sie riechen sehr gut. Wie fühlt sich dieser Stuhl an? 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 Wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich habe mich letzte Nacht schrecklich gefühlt. Wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich nicht sehr gut. Ich habe mich letzte Nacht schrecklich gefühlt. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Wie geht es dir heute? Mir geht es gut. Wie warst du gestern? Mir ging es gestern auch gut. Mir ging es gestern auch gut. Wie warst du gestern? Mir ging es gestern auch gut. Ist der Kaffee heiß? Nein, der ist nicht heiß. Ist der Kaffee heiß? Nein, der ist nicht heiß. Nein, der ist nicht heiß. Ist dieser Kuchen gut? Ja, der ist sehr gut. Ist dieser Kuchen gut? Ja, der ist sehr gut. Ist dieser Kuchen gut? Ja, der ist sehr gut. Hast du und Frank letzte Nacht beschäftigt? Hast du und Frank letzte Nacht beschäftigt? Nein, wir waren nicht beschäftigt. Hast du und Frank letzte Nacht beschäftigt? Nein, wir waren nicht beschäftigt. Nein, wir waren nicht beschäftigt. Hast du und Frank letzte Nacht beschäftigt? Nein, wir waren nicht beschäftigt. Deine Küche ist sehr klein. Deine Küche ist sehr klein. Deine Küche ist sehr klein. Aber das Wohnzimmer ist groß. Deine Küche ist sehr klein. Deine Küche ist sehr klein. Aber das Wohnzimmer ist groß. Aber das Wohnzimmer ist groß. Deine Küche ist groß. Deine Küche ist sehr klein. Deine Küche ist sehr klein. Deine Küche ist sehr klein. Ich bin ein wenig hungrig. Hast du keinen Hunger? Ja, ich bin ein wenig hungrig. Bist du müde? Nein, ich bin nicht sehr müde. Bist du müde? Nein, ich bin nicht sehr müde. Bist du müde? Nein, ich bin nicht sehr müde. Bist du müde? Hast du mich gestern gesehen? Jerry kennt mich. Ich, wirst du mir helfen? Hast du mich gestern gesehen? Hast du mich gestern gesehen? Jerry kennt mich. Ich, wirst du mir helfen? Hast du mich gestern gesehen? Hast du mich gestern gesehen? Jerry kennt mich. Jerry kennt mich. Du, ich werde dir helfen. Du, ich werde dir helfen. Ich habe dich gestern nicht gesehen. Jim kennt dich nicht. Du, ich werde dir helfen. Du, ich werde dich gestern nicht gesehen. Du, ich werde dir helfen. Ich habe dich gestern nicht gesehen. Jim kennt dich nicht. Du, ich werde dir helfen. Ich habe dich gestern nicht gesehen. Jim kennt dich nicht. Ihm, wir helfen Jerry. Wir werden ihm helfen. Wir haben ihn gestern nicht gesehen. Wir haben ihn gestern nicht gesehen. Herr Thomas kennt ihn nicht. Herr Thomas kennt ihn nicht. Ihm, wir helfen Jerry. Ihm, wir helfen Jerry. Wir werden ihm helfen. Wir werden ihm helfen. Wir werden ihm helfen. Wir haben ihn gestern nicht gesehen. Wir haben ihn gestern nicht gesehen. Wir haben ihn gestern nicht gesehen. Herr Thomas kennt ihn nicht. Wir haben ihn gestern nicht gesehen. Ich habe 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 ihn gestern nicht gesehen. Herr Thomas kennt ihn nicht. Ich habe ihn gestern nicht gesehen. Es. Hast du mein Buch gefunden? Wir werden danach suchen. Die Kinder haben es genommen. Es. Hast du mein Buch gefunden? Wir werden danach suchen. Die Kinder haben es genommen. Es. Hast du mein Buch gefunden? Hast du es gefunden? Wir werden danach suchen. Wir werden danach suchen. Die Kinder haben es genommen. Wir. Wirst du Jim und mich besuchen? Wir. Wirst du Jim und mich besuchen? Wirst du uns besuchen? Herr Thomas kennt uns nicht. Herr Thomas kennt uns nicht. Du hast uns letzte Nacht nicht gesehen. 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 Sie. Wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. 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 Wir werden sie sehen. Du kennst sie nicht. Sie. Wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Sie. Wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Du kennst sie nicht. Sie. Wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Sie, wir werden Mr. und Mrs. Brown sehen. Du kennst sie nicht. Sie, hast du meine Bücher gesehen? Sie, hast du meine Bücher gesehen? Wir werden sie finden. Ich habe sie gestern hier gelassen. Ich habe sie gestern hier gelassen. Sie, hast du meine Bücher gesehen? 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 Hast du sie gesehen? Wir werden sie finden. Wir werden sie finden. Ich habe sie gestern hier gelassen. Ich habe sie gestern hier gelassen. Ich habe sie gestern hier gelassen. Herr Braun mag Ahmet. Herr Braun mag ihn. Herr Braun mag Ahmet. Herr Braun mag ihn. Ich kenne Anne nicht. Ich kenne sie nicht. Ich kenne Anne nicht. Ich kenne Anne nicht. Ich kenne Anne nicht. Ich kenne sie nicht. Ich habe das Buch gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe das Buch gefunden. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Wir haben dich und Jim letzte Nacht gesehen. Wir haben dich letzte Nacht gesehen. Wir haben dich und Jim letzte Nacht gesehen. Wir haben dich letzte Nacht gesehen. Wir haben dich und Jim letzte Nacht gesehen. Wir haben dich letzte Nacht gesehen. Wir haben dich und Jim letzte Nacht gesehen. Ruth besucht die Browns. Ruth besucht die Browns. Ruth besucht sie. Ruth besucht die Browns. Ruth besucht die Browns. Ruth besucht sie. Ruth besucht sie. Er wird seine Briefe lesen. Er wird seine Briefe lesen. Er wird sie lesen. Er wird seine Briefe lesen. Er wird seine Briefe lesen. Er wird seine Briefe lesen. Er wird sie lesen. Er wird seine Briefe lesen. Bitte hilf Ahmed und mir. Bitte hilf Ahmed und mir. Bitte hilf Ahmed und mir. Bitte hilf uns. Bitte hilf Ahmed und mir. Bitte hilf uns. Bitte hilf Ahmed und mir. Bitte hilf uns. Hast du diese Leute getroffen? Nein, ich habe sie nicht getroffen. Hast du diese Leute getroffen? Nein, ich habe sie nicht getroffen. Nein, ich habe sie nicht getroffen. Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei dir. Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei dir. Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei dir. Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Wirst du bei Ruth und mir bleiben? Ja, ich bleibe bei dir. Ja, ich bleibe bei dir. Magst du Jerry? Magst du Jerry? Ja, ich mag ihn. Magst du Jerry? Ja, ich mag ihn. Magst du Jerry? Ja, ich mag ihn. Ja, ich mag ihn. Ja, ich mag ihn. Hilfst du Anne? Ja, ich helfe ihr. Ja, ich mag ihn. Ja, ich mag ihn. Heilst du Ann? Hilfst du Ann? Ja, ich helfe ihr. Hilfst du Anne? Ja, ich helfe ihr. Ja, ich helfe ihr. Hilfst du Anne? Ja, ich helfe ihr. Siehst du meine Handschuhe? Ja, ich sehe sie. Ja, ich sehe sie. Siehst du meine Handschuhe? Ja, ich sehe sie. Siehst du meine Handschuhe? Ja, ich sehe sie. Siehst du meine Handschuhe? Ja, ich sehe sie. Hast du die Browns besucht? Ja, ich habe sie besucht. Hast du die Browns besucht? Ja, ich habe sie besucht. Hast du die Browns besucht? Ja, ich habe sie besucht. Hast du die Browns besucht? Ja, ich habe sie besucht. Ja, ich habe sie besucht. Wer hat meinen Mantel genommen? Ruth nahm es. Wer hat meinen Mantel genommen? Ruth nahm es. Wer hat meinen Mantel genommen? Ruth nahm es. Wohnt Jim in deiner Nähe? Ja, er wohnt in meiner Nähe. Wohnt Jim in deiner Nähe? Wohnt Jim in deiner Nähe? Ja, er wohnt in meiner Nähe. Wohnt Jim in deiner Nähe? Wohnt Jim in deiner Nähe? Ja, er wohnt in meiner Nähe. Möchtest du ablegen? Ja, er wohnt in meiner Nähe. Ja, er wohnt in meiner Nähe. Möchtest du ablegen? Ja, er wohnt in meiner Nähe. Möchtest du ablegen? Möchtest du ablegen? Ja, würde ich. Möchtest du ablegen? Möchtest du ablegen? Ja, würde ich. Möchtest du ablegen? Ja, würde ich. Würde Jim gerne reinkommen? Ja, würde er. Ja, würde er. Würde Jim gerne reinkommen? Ja, würde er. Würde Jim gerne reinkommen? Ja, würde er. Ja, würde er. Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Ja, würde er. Ja, würde er. Würde Ruth sich hier niederlassen? Würde Ruth sich hier niederlassen? Ja, würde sie. Würde Ruth sich hier niederlassen? Würde Ruth sich hier niederlassen? Ja, würde sie. Würde Ruth sich hier niederlassen? 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 Ja, würde sie. Ja, würde sie. Ja, würde sie. Würden die Browns gerne hier bleiben? 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 Ja, würden sie. Würden die Browns gerne hier bleiben? Würden die Browns gerne hier bleiben? Würden die Browns gerne hier bleiben? Ja, würden sie. Würden sie und Jerry gerne reinkommen? Würden sie und Jerry gerne reinkommen? Ja, wir würden. Würden sie und Jerry gerne reinkommen? 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 Der große Mann ist Herr Braun. Welcher Mantel gehört dir? Der braune Mantel gehört mir. Welcher Mantel gehört dir? Der braune Mantel gehört mir. Welcher Mantel gehört dir? Der braune Mantel gehört mir. Welches Buch gehört Jim? Der blaue gehört ihm. Welches Buch gehört Jim? Welches Buch gehört Jim? Der blaue gehört ihm. Welches Buch gehört Jim? Der blaue gehört ihm. Welches Glas gehört mir? Welches Glas gehört mir? Der große gehört dir. Welches Glas gehört mir? Welches Glas gehört mir? Welches Glas gehört mir? Der große gehört dir. Welches Glas gehört mir? Welches Auto gehört Ihnen? 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 Welche Schuhe gehören dir? Die Schwarzen gehören mir. Die Schwarzen gehören mir. Welche Schuhe gehören dir? Die Schwarzen gehören mir. Welche Handschuhe gehören Ruth? Die Kleinen gehören ihr. Welche Handschuhe gehören Ruth? Die Kleinen gehören ihr. Welche Handschuhe gehören Ruth? Welche Handschuhe gehören Ruth? Die Kleinen gehören ihr. Welche Koffer gehören Ihnen? 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 Welche Koffer gehören Jerry? Welche Koffer gehören Jerry? Die Schweren gehören Ihn. Die Schweren gehören Ihnen? Welche Bücher gehören Jerry? Welche Betruggen gehören Jerry? Welch Koffer gehören Ihrer? Welche Koffer gehören Jerry? Welches Mädchen ist deine Schwester? Welches Mädchen ist deine Schwester? Das kleine Mädchen ist meine Schwester. Welches Mädchen ist deine Schwester? Welches Mädchen ist deine Schwester? Welches Mädchen ist deine Schwester? Das kleine Mädchen ist meine Schwester. Welcher Junge ist Belly? Der kleine Junge ist Belly. Welcher Junge ist Belly? Welcher Junge ist Belly? Der kleine Junge ist Belly. Welcher Junge ist Belly? Der kleine Junge ist Belly. Welchen Film sollen wir sehen? Welchen Film sollen wir sehen? Lass uns den Western-Film sehen. Welchen Film sollen wir sehen? Welchen Film sollen wir sehen? Lass uns den Western-Film sehen. Welchen Film sollen wir sehen? Lass uns den Western-Film sehen. Welche Lektion hast du geübt? Ich übe den Letzten. Welche Lektion hast du geübt? Welche Lektion hast du geübt? Ich übe den Letzten. Welche Lektion hast du geübt? Welche Lektion hast du geübt? Ich übe den Letzten. Welches Buch hast du ausgeliehen? Welches Buch hast du ausgeliehen? Ich habe mir das Wörterbuch ausgeliehen. Welches Buch hast du ausgeliehen? Welches Buch hast du ausgeliehen? Ich habe mir das Wörterbuch ausgeliehen. Ich habe mir das Wörterbuch ausgeliehen. Welche Wohnung mietest du? Ich werde die Kleine mieten. Welche Wohnung mietest du? Ich werde die Kleine mieten. Welche Wohnung mietest du? Ich werde die Kleine mieten. In welchem Haus wohnst du? Wir leben im Weißen Haus. In welchem Haus wohnst du? Wir leben im Weißen Haus. Möchtest du sitzen? Nein, lieber nicht. Ich gehe lieber spazieren. Möchtest du sitzen? Nein, lieber nicht. Ich gehe lieber spazieren. Möchtest du sitzen? Nein, lieber nicht. Ich gehe lieber spazieren. Würde Ruth sich hier sitzen? Würde Ruth sich hier sitzen? Nein, lieber nicht. Nein, lieber nicht. Sie würde es lieber nicht. Sie würde lieber dort setzen. Würde Ruth sich hier sitzen? Würde Ruth sich hier sitzen? Nein, sie würde es lieber nicht. Sie würde lieber dort sitzen. Würde Ruth sich hier sitzen? Nein, sie würde es lieber nicht. Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Nein, er würde es lieber nicht tun. Er würde lieber draußen warten. Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Nein, er würde es lieber nicht tun. Würde Jim gerne reinkommen? Würde Jim gerne reinkommen? Nein, er würde es lieber nicht tun. Würde Jim gerne reinkommen? Nein, sie würden es lieber nicht. Sie würden lieber fernsehen. Würden die Kinder gerne draußen spielen? Würden die Kinder gerne draußen spielen? Nein, sie würden es lieber nicht. Sie würden lieber fernsehen. Würden die Kinder gerne draußen spielen? Würden die Kinder gerne draußen spielen? Nein, sie würden es lieber nicht. Sie würden lieber fernsehen. Möchtest du und Jim gerne morgen arbeiten? Möchtest du und Jim gerne morgen arbeiten? Nein, lieber nicht. Wir haben lieber am Freitag. Wir arbeiten lieber am Freitag. Möchtest du und Jim gerne morgen arbeiten? Möchtest du und Jim gerne morgen arbeiten? Nein, lieber nicht. Möchtest du und Jim gerne morgen arbeiten? Nein, lieber nicht. Wir haben lieber am Freitag. Wir arbeiten lieber am Freitag. Möchtest du einen Kaffee trinken? Nein, lieber nicht. Ich hätte lieber Tee. Möchtest du einen Kaffee trinken? Nein, lieber nicht. Ich hätte lieber Tee. Möchtest du die große Wohnung mieten? Möchtest du die große Wohnung mieten? Nein, lieber nicht. Ich würde lieber etwas Geld sparen. Nein, lieber nicht. Ich würde lieber etwas Geld sparen. Möchtest du die große Wohnung mieten? Möchtest du die große Wohnung mieten? Nein, lieber nicht. Ich würde lieber etwas Geld sparen. Möchtest du die große Wohnung mieten? Möchtest du die große Wohnung mieten? Nein, lieber nicht. Ich würde lieber etwas Geld sparen. Möchtest du die große Wohnung mieten? 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 Möchtest du die große Wohnung? Möchtest du die große Wohnung? Ist deine Wohnung sehr groß? Nein, es ist nicht sehr groß. Es ist sehr klein. Ist deine Wohnung sehr groß? Nein, es ist nicht sehr groß. Es ist sehr klein. Ist deine Wohnung sehr groß? Nein, es ist nicht sehr groß. Es ist sehr klein. Bist du sehr hungrig? Nein, ich bin nicht sehr hungrig. Aber ich habe sehr Durst. Bist du sehr hungrig? Nein, ich bin nicht sehr hungrig. Nein, ich bin nicht sehr hungrig. Nein, ich bin nicht sehr hungrig. Aber ich habe sehr Durst. Ist diese Jacke nicht sehr schwer? Ist diese Jacke nicht sehr schwer? Nein, es ist nicht sehr schwer. Es ist sehr leicht. Ist diese Jacke nicht sehr schwer? Nein, es ist nicht sehr schwer. Nein, es ist nicht sehr schwer. Nein, es ist nicht sehr schwer. Es ist sehr leicht. Es ist sehr leicht. Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Nein, ich bin sehr spät letzte Nacht abgereist. Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Bist du in dieser Nacht sehr früh gegangen? Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Nein, ich bin nicht sehr früh gegangen. Ich bin sehr spät letzte Nacht abgereist. Ich bin sehr spät letzte Nacht abgereist. War der Film sehr gut? War der Film sehr gut? War der Film sehr gut? Nein, der Film war nicht sehr gut. Der Film war sehr schlecht. War der Film sehr gut? War der Film sehr gut? Nein, der Film war nicht sehr gut. Der Film war sehr schlecht. War der Film sehr gut? Nein, der Film war nicht sehr gut. Nein, der Film war sehr schlecht. Ist dieser Kaffee sehr heiß? Nein, der ist nicht sehr heiß. Nein, der ist sehr kalt. Ist dieser Kaffee sehr heiß? Nein, der ist nicht sehr heiß. Nein, der ist sehr kalt. Ist dieser Kaffee sehr heiß? Nein, der ist nicht sehr heiß. Nein, der ist sehr kalt. Magst du die Küche? Magst du die Küche? Nein, ich mag sie nicht. Es ist zu klein. Magst du die Küche? Nein, ich mag sie nicht. Es ist zu klein. Hast du dieses Buch gelesen? 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 Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Es ist zu lang. Es ist zu lang. Es ist zu lang. Wirst du dieses T-Shirt kaufen? Nein, ich werde nicht. Nein, ich werde nicht. Es ist zu teuer. Wirst du dieses T-Shirt kaufen? Wirst du dieses T-Shirt kaufen? Nein, ich werde nicht. Nein, ich werde nicht. Es ist zu teuer. Es ist zu teuer. Sollen wir ins Kino gehen? Sollen wir ins Kino gehen? Lass uns nicht. Lass uns nicht. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Sollen wir ins Kino gehen? Lass uns nicht. Lass uns nicht. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Wird Jerry uns helfen? Wird Jerry uns helfen? Nein, er wird nicht. Nein, er wird nicht. Er ist zu beschäftigt. Er ist zu beschäftigt. Wird Jerry uns helfen? Nein, er wird nicht. Wird Jerry uns helfen? Nein, er wird nicht. Nein, er wird nicht. Er ist zu beschäftigt. Er ist zu beschäftigt. Lass uns in den Park gehen. Lass uns in den Park gehen. Ich würde lieber nicht. Ich würde lieber nicht. Es ist zu weit. Es ist zu weit. Lass uns in den Park gehen. Lass uns in den Park gehen. Ich würde lieber nicht. Es ist zu weit. Lass uns in den Park gehen. Ich würde lieber nicht. Es ist zu weit. Wie gefällt dir die Küche? Ich denke, es ist ein bisschen zu klein. Wie gefällt dir die Küche? Ich denke, es ist ein bisschen zu klein. 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 Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. Wirst du den Pullover kaufen? Ich denke, es ist ein bisschen zu klein. Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. Ich denke, es ist ein bisschen zu teuer. Ich denke, es ist ein bisschen zu klein. Ich denke, es ist ein bisschen zu klein. Ich denke, sie ist ein bisschen zu beschäftigt. Ich denke, sie ist ein bisschen zu beschäftigt. Wird Ruth uns helfen? Wird Ruth uns helfen? Ich denke, sie ist ein bisschen zu beschäftigt. Ich denke, sie ist ein bisschen zu beschäftigt. Ich denke, sie ist ein bisschen zu beschäftigt. Wird Ruth uns helfen? Wird Ruth? Wird Ruth uns helfen? Ich denke, sie ist ein bisschen zu beschäftigt. Wird Ruth dennwesten? Gehst du zum Supermarkt? Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Gehst du zum Supermarkt? Gehst du zum Supermarkt? Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Gehst du zum Supermarkt? Gehst du zum Supermarkt? Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Ich denke, es ist ein bisschen schwer. Ich denke, es ist sehr schwer. Wirst du dieses Paket tragen? Ich denke, es ist ein bisschen zu weit. Ich denke, es ist ein bisschen schwer. Ich denke, es ist sehr schwer. Möchtest du die Browns besuchen? Möchtest du die Browns besuchen? Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Nein, lieber nicht. Es ist ein bisschen zu spät. Es ist viel zu spät. Es ist viel zu spät. Gehst du dieses Wochenende zur Arbeit? Gehst du dieses Wochenende zur Arbeit? Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bisschen zu müde. Ich bin ein bisschen zu müde. Du bist viel zu müde. Du bist viel zu müde. Gehst du dieses Wochenende zur Arbeit? Gehst du dieses Wochenende zur Arbeit? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bisschen zu müde. Du bist viel zu müde. Gehst du dieses Wochenende zur Arbeit? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein bisschen zu müde. Du bist viel zu müde. Wie gefällt dir Ruths Kleid? Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. Ich denke, es ist viel zu lang. Wie gefällt dir Ruths Kleid? Wie gefällt dir Ruths Kleid? Ich denke, es ist ein bisschen zu lang. 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 Ist es zu heiß für laufen? Ist es zu heiß für laufen? Ja, es ist zu heiß für laufen. Bist du müde zum Lernen? Bist du müde zum Lernen? Ja, ich bin müde zum Lernen. Bist du müde zum Lernen? Bist du müde zum Lernen? Ist es zu spät, um ins Kino zu gehen? Bist du müde zum Lernen? 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 Ja, es ist zu spät, um ins Kino zu gehen. Bist du müde zum Lernen? Ja, es ist zu spät, um ins Kino zu gehen. Ist es zu spät, um ins Kino zu gehen? War das Hemd zu klein zum Tragen? Ja, es war zu klein zum Tragen. War das Hemd zu klein zum Tragen? War das Hemd zu klein zum Tragen? Ja, es war zu klein zum Tragen. War das Hemd zu klein zum Tragen? War das Hemd zu klein zum Tragen? Ja, es war zu klein zum Tragen. Ist es zu weit, um in den Park zu spazieren? Ja, es ist zu weit zum Spazieren. Ist es zu weit, um in den Park zu spazieren? Ja, es ist zu weit zum Spazieren. Ja, es ist zu weit zum Spazieren. Ist dieses Paket zu schwer zum Tragen? Nein, es ist nicht zu schwer zum Tragen. Ist dieses Paket zu schwer zum Tragen? Nein, es ist nicht zu schwer zum Tragen. Ist es zu spät, um die Browns zu besuchen? Nein, es ist nicht zu spät, sie zu besuchen. Ist es zu spät, um die Browns zu besuchen? Nein, es ist nicht zu spät, sie zu besuchen. Ist es zu spät, um die Browns zu besuchen? Nein, es ist nicht zu spät, sie zu besuchen. Ist Jim zu müde, um auszugehen? Nein, er ist nicht zu müde, um auszugehen. Ist Jim zu müde, um auszugehen? Nein, er ist nicht zu müde, um auszugehen. Ist Jim zu müde, um auszugehen? Ist Jim zu müde, um auszugehen? Nein, er ist nicht zu müde, um auszugehen. Nein, er ist nicht zu müde, um auszugehen. Ist es zu früh zum Einkaufen? Ist es zu früh zum Einkaufen? Nein, es ist nicht zu früh zum Einkaufen. Ist es zu früh zum Einkaufen? Nein, es ist nicht zu früh zum Einkaufen. Ist Ruth zu beschäftigt, um uns zu helfen? Ist Ruth zu beschäftigt, um uns zu helfen? Nein, sie ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Nein, sie ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ist Ruth zu beschäftigt, um uns zu helfen? Nein, sie ist nicht zu beschäftigt, um uns zu helfen. Ist die Universität sehr weit? Ist die Universität sehr weit? Ja, es ist. Es ist zu weit zum Laufen. Ja, es ist. Es ist zu weit zum Laufen. Ist die Universität sehr weit? Ja, es ist. Es ist zu weit zum Laufen. Es ist zu weit zum Laufen. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Ich war zu müde zum Lernen. Wirst du heute sehr beschäftigt sein? Wirst du heute sehr beschäftigt sein? Ja, ich bin. Ich bin zu beschäftigt, um auszugehen. Ja, ich bin zu beschäftigt, um auszugehen. Wirst du heute sehr beschäftigt sein? Wirst du heute sehr beschäftigt sein? Ja, ich bin. Ich bin zu beschäftigt, um auszugehen. Ich bin zu beschäftigt, um auszugehen. Wirst du heute sehr beschäftigt sein? Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ja, so ist es. Es ist zu teuer, um es zu kaufen. Ist es nicht heiß hier drin? Ja, so ist es. Es ist zu heiß zum Arbeiten. Ja, so ist es. Es ist zu heiß zum Arbeiten. Ist es nicht heiß hier drin? Ja, so ist es. Es ist zu heiß zum Arbeiten. Ist es nicht heiß hier drin? Ja, so ist es. Es ist zu heiß zum Arbeiten. Ja, so ist es. Es ist zu heiß zum Arbeiten. Ist das Wetter hier sehr kalt? Ja, so ist es. Es ist zu kalt, um auszugehen. Ist das Wetter hier sehr kalt? Ja, so ist es. Es ist zu kalt, um auszugehen. Ja, so ist es. Es ist zu kalt, um auszugehen. Schreibt Jim sehr viele Briefe? Nein, das tut er nicht. Er ist zu faul, um viele zu schreiben. Nein, das tut er nicht. Er ist zu faul, um viele zu schreiben. Hast du letzte Nacht Charles angerufen? Hast du letzte Nacht Charles angerufen? Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Hast du letzte Nacht Charles angerufen? Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Hast du letzte Nacht Charles angerufen? Hast du letzte Nacht Charles angerufen? Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Wirst du nach Kalifornien fahren? Nein, es war zu spät, um ihn anzurufen. Wirst du nach Kalifornien fahren? Nein, es ist zu weit zum Fahren. Wirst du nach Kalifornien fahren? Nein, es ist zu weit zum Fahren. Wirst du diese Arbeit heute beenden? Nein, es gibt zu viel zu tun. Wirst du diese Arbeit heute beenden? Nein, es gibt zu viel zu tun. Wirst du diese Arbeit heute beenden? Nein, es gibt zu viel zu tun. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Oh, das ist sehr schade. Ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Oh, das ist sehr schade. Charles hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Oh, das ist sehr schade. Oh, das ist sehr schade. Charles hat gestern seine Autoschlüssel verloren. Oh, das ist sehr schade. Ruth hat letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ruth hat letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Oh, das ist sehr schade. Ruth hat letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ruth hat letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Oh, das ist sehr schade. Ruth hat letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ruth hat letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Oh, das ist sehr schade. Oh, das ist sehr schade. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Das ist sehr schade. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Ihre Kinder haben eine schlimme Erkältung. Das ist sehr schade. Jerry hat sein Chemiebuch verloren. Das ist sehr schade. Jerry hat sein Chemiebuch verloren. Das ist sehr schade. Sieht das Wetter heiß aus? Sieht das Wetter heiß aus? Es scheint sehr heiß zu sein. Sieht das Wetter heiß aus? Es scheint sehr heiß zu sein. Sieht das Wetter heiß aus? Sieht das Wetter heiß aus? Es scheint sehr heiß zu sein. Sieht die Küche klein aus? Sieht die Küche klein aus? Es scheint sehr klein zu sein. Es scheint sehr klein zu sein. Sieht das Wetter heiß aus? Sieht das Wetter als Wetter?